Was geht ab YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Satisfactory zusammen mit dem Schwabbel, den Tom und der Marie. Hallo. Hallo erneut. Hallo. Ja, warum sagt Schwabbel hallo erneut? Ich habe gerade schon mal aufgenommen und euch erklärt, das machen wir heute und das und das und das. Und jetzt gerade war ich mit allem durch und wollte weiter aufnehmen und habe gesehen, scheiße, du warst komplett im Mute im OBS. Mikrofon nicht aufgenommen, Saute nicht aufgenommen, gar nichts aufgenommen. Und ja, deswegen, wir haben, also ich habe gesagt, dass wir in der ersten Folge, dass ich mich jetzt hier darum kümmere, dass wir den Meilenstein fertig bekommen, damit wir die Stahlproduktion bekommen. Und der Schwabbel, der baut, wo wir in der letzten Folge angefangen haben, das Kohlekraftwerk zu bauen, baut Schwabbel jetzt gerade nochmal um, neu und besser. Und der gute Tom, der hat eine Plattform gebaut, wo wir jetzt gleich eine Eisenproduktion draufzimmern werden. Dort werde ich jetzt gleich vorbeischauen und Marie war vorhin AFK Essen holen und... Nee, Essen kochen. Achso, achso. Und was sie jetzt macht, weiß ich gerade nicht. Ich baue jetzt einen Weg hoch zum Bauxit. Aha. Ja, ist wichtig. So, und wir hatten uns da drüber enthalten, wie man das Spiel richtig ausspricht. Ah ja, genau. Weil ich das immer falsch ausspreche. Ich sage immer Satisfactory. Aber es heißt Satisfactory, ne? Also einfach sucht das Factory. Oh, geht auch. Hier Marie, wenn du mal Zeit hast, kannst du den mal einen Stein fertig machen. Ich? Ja, das ist ja nicht schwer. Mhm. Nee, das ist tatsächlich nicht so schwer. So, ach, hier hole ich jetzt noch Webo. So, ich habe die Rotoren mit, weil ich sollte für Tom auch noch 44 Rotoren machen, damit wir für die Stahl-Eisenproduktion da was bauen können, ne? Ja, also wir können, wir wollen im Endeffekt so eine Anfangsproduktion bauen, die uns aber bis zum Schluss, weil sie mit den Sachen versorgt, die wir brauchen. Und dafür habe ich einen Calculator-Link, den kann ich dir auch, wenn du möchtest, für sie schicken. Ja. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich das mache. Ja, da hinten sehe ich schon die Produktion. Ich wollte dir eigentlich nur den einen schicken, aber irgendwie. Wo hast du es denn geschickt? Ich habe es ja noch gar nicht geschickt, weil es irgendwie nicht ging. Ah, hier. Hier ist schon alles mit Fundamenten voll. Boah. Ja, Marie, du bist doch unsere Awesome-Shop-Managerin, ne? Hm, was hätte ich denn jetzt gerne? Wir haben ja noch zwei, zwei Coupons. Mir fällt gerade was auf, was ich eigentlich brauche. Ich habe den hier unten, hier unten mal reingestellt. Team Speak Free, sie gucken mal, ob du den öffnen kannst, so. Ja, klar. Und was du dann siehst. Äh, die haben aktuell keine. Okay. Haben wir bald wieder welche? Ich bin gerade, wenn ich hier reinstehe. Also, das heißt gar nichts. Gut, dann geht das, muss das, muss auch gehen. Produktion. Du hast die Linken geöffnet und da passiert nichts. Ja doch, ich bin jetzt hier auf Satisfactory Tools. Ja, genau. Jetzt steht hier Unnamed Factory und Items Input und sowas alles. Ja, und da hat er jetzt nicht Eisenproduktion 1, also das Ding ist leer, oder was? Eisenproduktion 1, ah, hier, ja. Genau, das ist quasi der Calculator-Link dazu, was ich jetzt bauen wollte. Ah. Und wenn du jetzt auf Production klickst, dann hast du ja ja Overview. Darf man das in den Folgen zeigen? Ja, warum nicht? Oh, okay. Dafür haben wir es doch gemacht, oder? Also, im Endeffekt hast du ja jetzt, du hast ja einmal eine Visualisation-Darstellung von der Produktionslinie. Also, da steht dann halt dran, was weiß ich, wir brauchen so und so viel Eisen und die grünen Sachen da drin, da sind immer das, was wir produzieren, was rauskommt. Auf was muss ich jetzt klicken? Wo bist du gerade in welcher? Du hast jetzt die Eisenproduktion angewählt. Genau. Und bist wahrscheinlich bei Overview drin, also wo du siehst Ressourcen, Produktion und so weiter. Genau. Und da hast du einen Tab daneben, der heißt Visualisation, verdammt schweres Wort, oder irgendwie Darstellung. Ich weiß nicht, ob du das auf Deutsch oder Englisch hast. Auf Englisch. Die Seite, auf Englisch. Das sind so Knoten, wenn du da draufklickst. Ach, hier unten. Ah, bei Visulation oder wie das heißt. Genau. Ja, bin ich drauf, ja. So, und da siehst du jetzt, wir haben ganz links, hast du Iron, also Eisen, was reinkommt. Nee, wo jetzt? Na da, du hast ja da jetzt so viele Kästchen mit Pfeilen. Wenn du auf Visualization, wie, oh Mann, Alter, Visualisation, wie klingt das. Genau. Man sollte auch runterscrollen, ja, ja. So, und da hast du jetzt ganz links Iron Ore, also Eisen. Ja. So, das kommt rein und geht in 14 Schmelzen. Wird das aufgeteilt und die 14 Schmelzen machen uns dann Iron Ingot. Iron Ingot ist auf Deutsch, scheiße, ich spiele auch auf Englisch. Wahrscheinlich Eisenbarren, oder? Genau, Eisenbarren, dann haben wir, und die werden aufgeteilt auf mehrere Konstruktoren, ne? Siehst du ja, 195 gehen in 13 Konstruktoren, die wiederum Eisenstangen daraus machen. Mhm. Und 210 gehen in sieben Konstruktoren, die Eisenplatten machen. Ja. Von den Eisenplatten ziehen wir dann 20 Stück pro Minute ab fürs Lager. Und die anderen 120 packen wir in vier Assembler, um daraus eben, äh, also hier dieser, ähm, um Reinforced Iron Plates zu machen, also quasi verstärkte Eisenplatten. Ja, Fabrikatoren, genau, danke. Aus den Eisenstangen ziehen wir uns 11 Stück ab fürs Lager. Dann 120 Stück für Schrauben, also gehen sozusagen wieder in zwölf Konstruktoren rein und machen Schrauben draus. Ja. Und der Rest, 40, geht wieder in den, wie war es, Fabrikator und macht daraus, ähm, Rotoren mit den Schrauben zusammen. Ja. Oh. Das heißt, dass wir dann am Ende, achso, dann haben wir noch genau zwei Fabrikatoren, die aus Rotoren und verstärkten Eisenplatten diese Smart Platings machen, also diese intelligente Beschichtung ist das, glaube ich, auf Deutsch, die wir für die, für die Weltraumliftphase brauchen. Dieses Smart Planting, ne? Genau. Ja. So, das heißt, dass wir am Ende, und das siehst du auch oben in der Tabelle, 20 Eisenplatten, elf Eisenstangen, 40 Schrauben. Ja. Zehn verstärkte Eisenplatten, vier Rotoren, vier modellare Rahmen und vier von diesen Smart Plating pro Minute produzieren mit dieser, äh, mit dieser Anlage. Ja. So, also, dass das, genau, das ist eben das, was wir dann rauskriegen, was wir uns lagen können, was wir halt nehmen können zum Bauen oder halt für diese, für diese Weltraum-Lift-Phasen. Ja. Ah, das ist so. Das sagt das Ding im Endeffekt aus. Die, ne? Also, so hatte ich die Produktion geplant. Ah, das ist cool. Und die können wir halt dann, wenn wir das wollen, ähm, einfach laufen lassen. Die können wir immer, die kann bis zum Endgame so laufen, weil ich, wir brauchen irgendwann auch nicht mehr so viele Eisenplatten und so, ne? Also, es ist ja dann, später braucht, baut man nicht mehr riesig große Mengen an, an MK1-Spendern. Ich, also, ich zumindest nicht. Ich baue da immer das, was geht halt. Ja. So, bist du schon hier? Ich bin schon hier, ja. Ach, du rennst da unten rum. Komm mal hoch. Ich hab da hinten eine Rambe gebaut. Das sieht hier schon echt wild. Boah, was? Ich dachte, du hast hier oben nur nichts Schmelzlingen gebaut. Ne, ich hab jetzt angefangen, die Schmelzen und die Konstruktoren zu bauen, die Reihen, ne? Ja. Dass wir die dann fertig haben. Das heißt, wir haben einen Inhalt in dieser, das siehst du auch auf der, ähm, Übersicht, die ich dir geschickt hab, da kannst du auch auf Buildings klicken, da siehst du, was wir brauchen. Also, wir brauchen dafür 14 Schmelzen, 32 Konstruktoren und 10, ähm, Fabrikatoren, Assembler. Ah, mhm. So. Und ich hätte jetzt gedacht, wir haben jetzt hier eine, eine Ebene mit den Schmelzen und den Konstruktoren. Ja. Und wir können, ich, weil es jetzt platztechnisch irgendwie eng wird, hätte ich jetzt oben drauf, noch eine Ebene gesetzt, wo wir dann die, ähm, Fabrikatoren hinsetzen. Okay. Die Assembler. Aber wir können ja jetzt erstmal schon hier anfangen. Also, die Ebene wird ich ja nicht machen, wenn wir mit der ja fertig sind. Ja. Dann haben wir alles, alles da und dann können wir mal gucken, wo wir das, wir brauchen dann irgendwie eine Verbindung nach oben, wo das, wo das Zeug dann hoch geht. Und dann haben wir halt hier noch irgendwie eine relativ coole Fabrik, hoffe ich. Ja. Das sieht echt interessant aus. Boah Leute, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Oh ne, und dann kommen wir halt ringsrum um dieses, dieses Viereck, was habe ich hier hier unten in der, im Erdgeschoss zu Sachen schon mal angedeutet, halt noch Wände ziehen und wenn wir Glas freigeschaltet haben, können wir noch ein paar Fenster, dann können wir das irgendwie noch ein bisschen hübsch machen. Und hier unten, das ist eine reine Logistik-Ebene. Also hier soll dann irgendwo, soll das ganze Eisen rein und dann wird das halt verteilt auf die Sachen, die oben stehen. Deswegen habe ich hier mal zwei, also acht Meter mehr Platz gelassen, damit wir hier irgendwie das Zeug sortieren können und hin und her schieben können. Ja, und mal eben kurz so eine kleine Frage hier zu den Bohrern. Ja. Ich habe vorhin gesehen, bohren die denn? Ja, ja, du kannst die auf Fundamente stellen, du darfst das halt nicht zu hoch. Also, wir können, komm mal mit, hier hinten ist, hier hinten ist eine Kohle, äh, ne Kalkstein vorkommen. Ja. So, jetzt nehmen wir hier mal, das ist eine zwei Meter Fundament. Und das hauen wir jetzt einfach mal hier an unser Grid dran. So, äh, warte, dann gehen wir hier, machen wir noch eine schnelle Rampe dran, dass wir hochkommen. Das geht jetzt natürlich nicht, ne? Also, hier kann ich kein, kein, ähm, Miner draufstellen. Das funktioniert nicht. Aber ich kann, wenn ich jetzt einfach ein bisschen tiefer gehe an der Stelle, machen wir zum Beispiel so, warte, und das gerade so verdeckt ist, dann kann ich hier auch einen Miner draufstellen. Das muss man natürlich hier komplett einmal machen. Ne? Dann snappt der ja ein und ich kann den hier, könnte den hier bauen. Ich hab halt bloß gerade keinen, keinen von diesen portablen Minern dabei. Mhm. Aber dann wird das gehen und dann funktioniert er auch. Das ist geil. Und das snappt halt dann so ein bisschen zu den Grid. Also, die stehen nicht irgendwie random da rum, ne? Also, wie du die gesetzt hast, sondern das passt halt alles so ein bisschen zu deinem Bau-Grid, was du dir angelegt hast. Ja. Okay. Deswegen hab ich bei mir das immer so gebaut, dass ich die komplett auf Fundamente baue. Und dann kannst du da halt schön, äh, irgendwie ein Merger davor stellen. Dann können wir halt Bänder drauf machen. Aber ich hätte für dich eine kleine Rechenaufgabe oder eine kleine Aufgabe. Wir brauchen, hast ja an den Calculator gesehen, 405 Eisen die Minute in der Anlage. Von diesen, von diesen ganzen, äh, Minern. Was brauchen wir da jetzt nochmal, sorry, was? Wir brauchen 405 Eisen pro Minute. Ja. In der Anlage. Wie viele Förderbänder brauchen wir? Also, von diesen, ne? Wir müssen ja dann, äh, hier diese, 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 äh, Durstgänge anlegen, wie du sie hier siehst. Ja, den hier. Achso, dass da die Förderbänder drauf kommen, ja. Genau. Wie viele von den Dingern brauchen wir? Und wie viele Eisenminen brauchen wir? Das könntest du mal rausfinden. Wie soll ich das so herausfinden? Okay. Wir haben 405, ja. Ich hab dir ja vorhin erklärt, wie man in den Spiel rechnen kann. Ja, mit N. Genau, machst du mal auf. Dann gibst du einen 405, geteilt durch. Und jetzt, was ist das Maximale, was wir gerade auf einem Förderband, ähm, transportieren können? Ja, das wäre N. Vierterband. Vierterband, Mk2. Keine Ahnung. Sind 120 pro Minute. Warte mal, woher weißt du das? Das siehst du, wenn du bauen, also wenn du irgendwas bauen willst, ja. Dann gehst du auf Logistik und dann siehst du das Förderband, Mk2 und in der Beschreibung steht drinnen, transportiert bis zu 120 Ressourcen pro Minute. Ah. Und das Mk1 macht 60 pro Minute, also die Hälfte. Ja, alles klar. So, und da wir aktuell Mk2 haben und wir brauchen 405 Eisen. Geteilt durch? In dieser Fabrik. So, und wir können maximal 120 pro Förderband transportieren. Ja. Heißt das, 405 durch 120 wären 3,375, also wir brauchen vier Förderbänder. Okay. Einfach nur, um das Eisen da rein zu schieben. Das musst du halt immer, du musst immer bei so Sachen, also wir haben ja dann auch später in der Fabrik, haben wir ja auch irgendwo zum Beispiel diese Iron, die Eisenbahn, die zu den Eisenplatten gemacht werden. Da brauchen wir 210 pro Minute. Ja. Das können wir nicht auf einem Band machen. Das müssen wir auf zwei aufteilen, weil wir halt maximal 120 pro Minute transportieren können auf einem Band. Das musst du immer, immer mit im Hinterkopf haben. Das wird später, ist es dann, wenn du hier Mk5 hast, das ist glaube ich 720 Items pro Minute oder 780 oder sowas, da ist das dann nicht mehr ganz so kritisch. Aber jetzt am Anfang musst du halt immer gucken, dass du die Förderbänder nicht überlastest. Das war ja eben hier bei denen, was der Heinze vorne gemacht hatte. Das ist ja alles gut, aber er hat halt nur 60 Items abtransportiert und hat aber irgendwie, keine Ahnung, 100 pro Minute produziert. Deswegen hat das da immer gestockt. Und damit wir den Fehler hier nicht machen, müssen wir das gleich machen. Das ist ja, also gleich mit beachten. Und die 405 Eisen, da weißt du aber, wie du draufkommst. Also gehst quasi, hast du ja unreine Mine, da kriegt man 30 raus. Genau. Und so weiter. Ich habe jetzt hier mal durchgezählt, das sind alles unreine Mine. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann auch nicht in den Kopf rechnen, 8x30, 240 haben wir jetzt hier. Das heißt, wir brauchen irgendwoher noch ein bisschen so 165 Eisen. Und da hatte ich gedacht, das machen wir von der anderen Eisenproduktion, die wir da vorne an der Base stehen haben. Das bringen wir ja her. Okay. Was hältst du davon? Ja. Ja, dann kannst du da ja da drüben schon mal abbauen. Also hier an der anderen Eisenproduktion. Abbauen. Und das, na die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Du meinst die, die jetzt da die Schrauben und so macht. Okay. Ja, genau. Ja genau, baue ich ab und dann bringe ich das alles hin. Und du kannst zur ganzen Zeit auch noch produzieren lassen und kannst ja zumindest die Förderbänder auch schon mal herlegen. Ja. Also ich würde dir halt empfehlen, du machst das, nimmst ja hier auf Foundations. Also, ja, kannst du sowas hier bauen. Und dann sagst du jetzt, je nachdem wie viel Förderbänder du machen willst, so habe ich das mal gebaut, machst du hier so eine Wand hin. So eine Wand. Und dann kannst du das halt so schön gerade über die Map ziehen, ne? Ja, hast du dann, hättest du halt zwei Förderbänder, die ja schön laufen, dann kannst du irgendwie noch ein Dach drüber machen, wenn du das irgendwie später willst oder, keine Ahnung. Ne, war so, so als Hinweis. Okay. Damit die nicht einfach so irgendwie quer durch die Botanik rannten. Ja. Du machst das. Ich mach das. Ich geh ja fest davon aus. Ich mach das ja oben mal schnell fertig und dann können wir danach, ja, weiter gucken. Ja. So, dann machen wir das doch mal. Scheiße, ich hab keine Eisenplatten. Da kannst du mal gucken. In der Produktion, da liegen viele Eisenplatten. In irgendeiner auch in den Kisten. Ja. Ja. Sagen wir hier ganz tolle Sachen, Leute. Schwabbel, was wolltest du haben? Ich? Ja. So, was? In den Außen im Shop oder was? Ja. Die Wandhalterung für die Pipelines. Wandhalterung für die Pipelines. Okay, dann müssen wir noch ein Kupon warten. Ich hab gedacht, das wäre einer. Dann müssen wir kurz warten. Ja, dann müssen wir kurz warten. Ja, das ist gut. Da ist hier noch einer dran. Ne, sorry. Alles gut, Marie. Also, Frizi, hast du das schon mit diesen Förderband-Durchführungen durch Wände und durch, na, durch Wände hast du ja schon gesehen, aber durch Fundamente gesehen? Ne, ne? Ne. Okay, das hättest du dir vielleicht noch zeigen können. Ja, gut, ich zeig's dir, damit du wieder da bist. Danke für den Follow. Was? Ich hab meine Twitch-Overlay offen gehabt, hier löt's nicht aus, es kann grad ein Follow werden. So, Alter. Bist du ein Eis? Ne, ne, also ich bin nicht live, ne. So, bitteschön, Schwabbel, hab ich. Möcht' noch einer was einkupon, hab ich noch. Wandförderung, Wandhalterung. Also, Förderband, Wandhalterung. Also, brauche ich jetzt gerade nicht. Kannst du machen, ja. Ich muss grad sagen, das ist ein Coupon jetzt, also, so oder so, irgendwann kaufen wir die Dinger. Gut, dann, wenn was ist, ich bin hier oben in meiner Base. Ja, ja. Und isst, oder was? Ne, mein Essen steht noch neben mir und es war super lecker. Da kommt Schweinebraten, megageil. Ich geh grad so schön. Ach ja, die mal weg. Es ist halt Mittagszeit. Es ist 15 Uhr, Fräulein. Ja, der Klin ist drüben. Gegessen wird um 12. Mittagsschlaf um 15. Ja. Ja, dann, dann ab ins Bett. Zwei Minuten hast du noch, Frizi. Ne, ne, Quatsch. Soll ich direkt mit MK2 Förderbänder machen? Kannst du machen. Wie viel, was hat man da drüben für, für, ähm, was hat man da stehen? Wie viele, ähm, wie viel Eisen kriegt man da raus? Aus den Meinungen, die da stehen? Da hab ich nicht drauf geachtet. Warte, ich komm mal vorbei. Ich glaub, das müssten normale Quellen sein, die wir bei uns haben, oder? Also 60 pro Minute. Und drei Stück, ne? Bluff, sind das nur zwei. Was hab ich vorhin gerechnet? Was brauchen wir noch? Äh, 240. Wir brauchen noch... 100 und... War zur Quatsch da. 165. Also, Frizi. Eile. Achso, und da war mein Plan natürlich noch, eine coole Autobahn zu bauen, damit wir dann hier schön mit den Autos das abtransportieren können. Achso, das muss immer an Fundamenten gebaut werden. Zwei stehen hier. Zwei Miner. Und die machen genau 60, 120. Scheiße, das reicht doch nicht ganz. Wir brauchen irgendwoher noch... Ach, lol. Ne. Hier ist noch eine dritte. 180. Sieh, vorne an der Eisenproduktion ist eine Eisenquelle noch gar nicht angeschlossen. Schwabbel, mach das doch mal. Hä, ich bin gerade... Das ist doch gar nicht da, oder? Sssst. Beeil mich gerade, dass wir hier Stromproduktion bekommen. Ja, also, Frizi, du kannst zwei Förderbänder, äh, Mark II, dahin ziehen, zur Produktion. Alles klar. Oh, ich hab euch alle jetzt im Blick. Was ist das denn? Du hast die Karte aufgemacht? Nein. Er hat übrigens mal einer, einer die, die Karte aufgemacht und hat mal im Süden geguckt werden. Da steht irgendwas, auch eine Markierung drauf. Maris, du Arschel. Ich hab's nicht, ich hab's bloß gesehen, ich hab die da nicht hingemacht. Warst du das, Schwabbel? Nein, ich hab nix gemacht. Ja, dann war es entweder Vivo. Was denn? Warte mal, wo denn? Maris, ja, guck mal. Warum bin ich der Einzige, der lacht, Mann? Ich hab wohl gelacht, bloß leiser. Du bist jetzt weg. Doof. Warte mal, warum muss ich denn jetzt überhaupt hin? Mit meiner Bahn hier. Hast du, achso, willst du noch ein bisschen Beton? Gut, Sophia, will ich auch nicht mehr. Nö, nö, alles gut, alles gut, du. Du hast gerade davon geredet, irgendwas random in die Gegend zu bauen, ne? Ja. Ja. Ich glaub, du willst bei mir gar nicht gucken, was ich da baue. Ne komplette Rampe nach oben hin. Ja. Okay. Ja, aber wie willst du denn sonst da oben hinkommen? Ja, ist okay. Mach doch, alles gut. Kann man dann nachher was schönes, äh, so ein schönes Transportmittel nehmen. Und ich rede nicht von Autos. Was? Ein Transportmittel, aber ich rede nicht von Autos. Motorräder. Nein, gibt's gar nicht. Außer du nimmst ne Mod. Klar gibt's nur, äh, Motorräder. Kannst craften. Keine Motorräder. Doch. Vor allem, weil ich da alles schon freigeschaltet hab, ne? Aber nicht in der 1.0. Ne, ne, hab ich auch nicht, weil das hab ich heute noch gemacht, weil ich wissen wollte, was alles gibt. Hast du einen Cybertruck gefunden? Oder das goldene, das, das goldene Konstruktionsfahrzeug, kennst du das schon, Marie? Binst du den goldenen Stecher? Ja, das bin ich. Toll, reißen wir wieder mit hin. Alle, Hilfe. So, ich brauche Beton. So. So, meine lieben Freunde, aber so werde ich das jetzt erstmal die ganze Zeit weitermachen. Das werde ich euch jetzt aber nicht mehr alles so zeigen, weil die DDR dauert ein bisschen was. Wir müssen auf jeden Fall bis nach da ganz hinten. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.